Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Heute mal mit einem Thema, neunter Mal Faktencheck, wie braune Onkels versuchen die Geschichte nachträglich umzudeuten. Das ist ein sehr unschönes Thema, weil es Wunden aufreißt, die man eigentlich nicht aufreißen sollte. Ich bin ja aus dem ehemaligen Jugoslawien. Bei uns gab es die Auseinandersetzung mit diesem Thema bis irgendwann Ende der 80er. Danach war aber auch gut. Es gibt heute wirklich niemand mehr. Also ich habe seit 30 Jahren nirgendwo mehr irgendwelche Leute noch reden hören in den Kategorien von damals, dass jetzt irgendwie der böse Deutsche will die ganze Welt erobern oder so. Das ist in Deutschland, in bestimmten antideutschen Kreisen, ist das, was die braunen Onkels ihren eigenen Schuldkult nennen, viel verbreiteter als in den Ländern, gegen die ihr damals Krieg geführt habt. Nun gibt es aber ein anderes Problem bei der ganzen Sache und zwar müsst ihr euch so vorstellen. Die Amerikaner haben ja den bösen Deutschen sozusagen umerzogen. Ja, das mag unschön gewesen sein für die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie ja zum Wurzeln allen Übels auf der Welt erklärt wurde. Ich kann euch eins sagen, ich lebe mein Leben lang hier in Deutschland. So böse ist der böse Deutsche nun auch wieder nicht. Und grundsätzlich ist es auch so, Nazis, damals Nazis, heute, wisst ihr, im Ersten Weltkrieg war ja die Feindschaft der Völker sehr stark entlang von nationalistischen Kategorien sozusagen. Also es gibt wahrscheinlich historisch überliefert auch irgendwelche Briten, die damals für Deutschland kämpften oder irgendwelche Deutschen, die für Frankreich kämpfen und so weiter und so fort. Aber das waren wirklich 0,1 Prozent der jeweiligen Völker, das war total selten im Ersten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg, der wurde ganz anders ausgetragen. Im Zweiten Weltkrieg war es ein ideologischer Krieg. Der war nicht national bedingt. Es gab auch damals überall in ganz Europa, das ist ein Thema, das hört man heute in der EU nicht mehr so gerne, gab es die sogenannten Kollaborateure. Auch in Frankreich gab es ja die Vichy-Regierung. Die hat ja mit dem dritten Bereich kollaboriert. Gut, in Italien gab es Mussolini, der war an der Macht, und in Spanien gab es die Franco-Diktatur und so weiter. Aber das Faschismus, ein rein deutsches Phänomen, war es völliger Quatsch. Und dann hast du logischerweise heute irgendwelche braunen Unglsen aus Europa, die sind, weil der Kommunismus irgendwie der Meinung war, das war alles so furchtbar, hat man damals halt die Entscheidung getroffen, reden wir nicht mehr drüber. Das heißt, in so Ländern wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, hast du viele Volksgruppen. Die waren damals Sluge, das sind die Helfershelfer, die Unterstützer der Faschisten. Und die hattest du auch in Polen, die hattest du auch in der Ukraine, die hattest du im Baltikum, die hattest du in vielen Teilen Europas. Jetzt hast du heute, mithilfe der USA, dass man diese sehr stark antirussischen Kreise häufig an die Macht gebracht hat, in der Ukraine, die Regierung, zum Beispiel so jemand wie Melnyk. Heute beruft sich ja die Ukraine darauf, ja, in Wahrheit wurde Berlin befreit von Ukrainern, Balten und Weißrussen. Glaubt ihr wirklich, dass der Großvater von Melnyk, der ist ja aus der Westukraine, der liebe Melnyk, Glaubt ihr, dass dem sein Großvater für die Rote Armee gekämpft hat? Glaubt ihr, dass dem sein Großvater den Reichstag gestürmt hat? Das könnt ihr voll vergessen. Dem seine Vorfahren waren bei dieser OUN, das war so eine Art paramilitärische Armee von diesem Bandera. Da streiten wir uns ja heute noch drüber. Aber ein Missteuerungsbedenken, nur so als kleiner Punkt. Es gab im heutigen Kroatien das Konzentrationslager von Jescenovas. Und es gab im ehemaligen Jugoslawien grundsätzlich, nur damit ihr das Problem versteht, es gab die Partisanenbewegung. Und im Endeffekt hat die Partisanenbewegung, gehörte zu den Siegern des Zweiten Weltkrieges. Aber es gab genauso in Serbien die Chetniks. Es gab in Kroatien die Ostersche Bewegung. Das war so eine Art kroatische Waffen-SS. Und dann gab es Domobrani. Das war eine reguläre kroatische Armee. Aber sie war eher Teil des Dritten Reiches. Also sie kämpfte mit den Truppen der deutschen Wehrmacht zusammen und nicht für irgendwie die Befreiung Kroatiens. Versteht ihr? Genauso wie Stalin eine rote Sowjetunion hatte im Osten, hatte Hitler dann halt eine braune Europäische Union, könnte man sagen. Und ihr müsst bedenken. Ich habe ja gesagt, im Ersten Weltkrieg war das ja alles noch stark national. Natürlich kämpften im Zweiten Weltkrieg auch bestimmt 85% der Deutschen für die Wehrmacht. Also die, die irgendwo kämpften, weil es ja trotzdem irgendwie ihr Land ist. Das heißt nicht, dass die alle Nazis waren. Ihr müsst bedenken, meine Großmutter, die wusste sehr genau zu unterscheiden, obwohl sie Braun wirklich gehasst hat. Das kann man nicht anders sagen. Wusste sie für sich sehr genau zu unterscheiden. Sie kannte auch wirklich Merkmale, wo sie gemeint hat, Schwabe oder Schwabe halt. Das ist ein ganz normaler Deutscher. Und dann jemals. Jemals der deutsche Faschist. Sie hatte auch wirklich so bestimmte Dinge, woran sie das festgemacht hat. Und genauso wusste sie natürlich auch, dass nicht alle Deutschen irgendwelche Überzeugungstäter waren. Und genauso war es auch im ehemaligen Jugoslawien. Du hast zum Beispiel, wenn du die Partisanenbewegung nimmst, 85% der Kämpfer der Partisanenbewegung sind irgendwelche Orthodoxen. Aus Gebieten, die orthodox sind. Aus Dalmatien, aus der Kraine in Bosnien, aus dem heutigen Montenekro, nicht überall. Auch die waren nicht alle bei der Partisanenbewegung, aber viele waren es. Und genauso hattest du auch in der Ukraine die Westukraine, die alle Ehrenhänger von Bandera waren, zu 85%, und die Ostukraine, die rot waren. Aber versteht ihr, ein Melnik kommt heute an und will sich als der Repräsentant eines großukrainischen Staates plötzlich den Kampf dieser Genossen aneignen, als ob es sein Kampf gewesen wäre. Aber es war nicht dein Kampf, Melnik. Und dem sein Kampf war es auch nicht. Bei Zelensky könnte ich mir schon eher vorstellen. Ich kann es nicht sagen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass bei den Klitschkos irgendwelche Vorfahren sind, die auch bei der Roten Armee waren. Aber versteht ihr, die Ukraine oder Weißrussland oder Baltikum kann nicht für sich in Anspruch nehmen, wir sind die Sieger des Zweiten Weltkrieges. Das sind sie nicht, weil die, die heute dort an der Macht sind. Auch ein Kaczynski in Polen, die Großeltern von Kaczynski, die wurden eher hingerichtet bei Katyn von der Roten Armee als Kollaborateure des Dritten Reiches, als dass sie irgendwie zu den Befeiern Berlins gezählt haben. Und das ist bei der Katja Kallers und bei dieser komischen Junkie-Trolle aus Finnland ist es genau dasselbe. Ich garantiere euch, es kann vielleicht hier und da welche von denen geben, wo mal einer von den Vorfahren auch ein Genosse war, aber tendenziell waren die damals braun. Und es ist doch absurd, dass sich heute die Braunen den Zweiten Weltkrieg und den Sieg über Hitler-Deutschland ideologisch aneignen wollen, aber gleichzeitig sind sie ständig bemüht, irgendwelche Denkmäler dieses Zweiten Weltkrieges abzureißen. Ach so, ist ja faszinierend. Das heißt also, sie würden sich gerne diesen Kampf aneignen, gleichzeitig würden sie gerne die lebendigen Symbole, die Zeugnisse der damaligen Zeit niederreißen und sie sind gerade dabei, die Kollaborateure von Adi zu rehabilitieren, wie zum Beispiel Bandera. Für mich und meine Landzeit ist dieses Thema durch. Wenn wir heute zu bestimmten Feiertagen bestimmte Denkmäler besuchen und dort Blumen niederlegen oder irgendwelche Denkmäler restaurieren lassen, dann ist es nicht aus Hass gegen irgendjemanden oder weil irgendwelche alten Konflikte heute noch eine Rolle spielen, ist es mehr so eine Art Respekt vor den Leiden dieser Generation. Diese Generation hat für den Sieg im Zweiten Weltkrieg unvorstellbare Leiden auf sich genommen. Das kann nicht vergessen sein. Das können wir auch nicht irgendwie relativieren und auch im Rahmen der EU ist es ja schön und gut, dass irgendwelche Österreicher, versteht ihr, es gibt doch diesen Gabriel de Prinsip, das war der Attentäter von Franz Ferdinand. Jetzt möchten irgendwelche rechten Kaiser in Österreich Gabriel de Prinsip umdeuten zum Terroristen, aber Gabriel de Prinsip war ein Freiheitskämpfer. Für mich war er eine, weil der Sieg im Ersten Weltkrieg für meine Familie erst mal die Freiheit bedeutet hat und nicht den Verlust eines Imperiums. Oh mein Gott, ich weine Krokodilstränen darum, dass Österreich-Ungarn heute kein Reich mehr ist. Seid mir nicht böse, aber es ist einfach so. Und dass das Deutsche Reich Gebiete verloren hat, ja, es tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern, verstehe ich. Damit wir heute in der EU sinnvoll zusammenleben können, müsst ihr das so akzeptieren. Für mich, Freiheitskämpfer, bis in alle Ewigkeit. Genauso ist das leidige Thema mit Stalin oder irgendwelchen anderen Taten, dass Stalin da irgendwelche, ja, irgendwelche Kollaborateure von Hitler hat hinrichten lassen. Oh mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich nachts wach liege und in meinen Kissen weine. Ich hatte einen Lehrer für Geschichte und Gemeinschaftskunde, der Gallen, dieser Huchensohn. Der war so auf der einen Seite, oh, er ist voll der guten Mensch und Freiheit und Democracy und so weiter. Und dann merke ich ja mal, dass er im Zuge dieses Ersten Weltkriegs, als wir ihn damals durchgenommen haben, bestimmte Feindbilder, die heute gar keine Rolle mehr spielen. Versteht ihr? Damals hatte man in Russland, Frankreich und Großbritannien die Vorstellung, wir wollen Österreich, Ungarn, wollen wir zerlegen. Das soll nie wiederkommen. Das soll aufhören zu existieren. Deswegen hat man den Staat Jugoslawien geschaffen und man hat den Serben die Kontrolle über diesen Staat gegeben. Dass die Serben sich 1919 jetzt nicht unbedingt sofort hingesetzt haben und sich Gedanken gemacht haben über die Rechte von ethnischen Minderheiten, das ist so. Dass die Regierung in Belgrad irgendwelche, irgendwie, irgendwie böse war, das ist auch so. Dass jetzt heute ein deutscher Lehrer da sitzt, auf der einen Seite mir ein auf gut Mensch und es darf nie wieder passieren und so weiter, aber dann wiederum bedient er irgendwelche Feindbilder von damals. Versteht ihr? Das ist auch bei diesen ganzen Braunonkels in Osteuropa so. Du hast immer, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich, aus der ich diese Geschichte auch kenne und dann sehe ich, wie die versuchen, Geschichte umzudeuten, wie sie versuchen, Ereignisse umzudeuten. Niemand hat ein Problem mit dir. Das musst du, das musst du einfach kapieren. Niemand hat ein Problem mit irgendjemandem. Ich habe hier, ich habe meine, meine Eltern haben eine kroatische Familie, das sind die besten Freunde, die man sich überhaupt mal vorstellen kann. Ich habe die nie gefragt, ob denen ihr Großvater Ustascher war oder nicht. Es spielt für mich keine Rolle, aber wenn er dann anfangen würde oder halt mein damaliger Lehrer, der war nie wieder und hier und Hitler und war ganz schrecklich, schlimmstes Ereignis aller Zeiten, aber dann wiederum verfällt er so in gewisse Feindbilder gegen Menschen auf dem Balkan und offensichtlich wünscht er sich so eine Revision. Versteht ihr? Es ist so, also es ist so das Gefühl, das ich habe, als ob die Amerikaner gar nicht genug davon kriegen können in Osteuropa, brauner, noch brauner am braunsten. Es werden die braunsten Onkels werden gesucht und irgendwie in politische Ämter erhoben, Hauptsache gegen Russland irgendwie, dass diese braunen Onkels plötzlich irgendwelche Konflikte, die heute gar keine Rolle mehr spielen, wieder aufwärmen. Das hast du auch beim Spiegel teilweise. Da hast du bestimmte Journalisten, wo du das Gefühl hast, der kommt nicht klar auf bestimmte Sachen. Es gibt Kriege, die hast du gewonnen und es gibt Kriege, die verlierst du. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, überleg mal Folgendes. Der Balkan war ja hundertelang vom Osmanischen Reich besetzt. Da müsste ich ja aus derselben Logik heraus heute jeden Türken hassen, oder was? Aber warum denn? Mein Freund ist Türke. Das war damals. Ich habe diesen Konflikt heute nicht mehr und einen Zelensky und diese ganzen Typen, die haben heute die denken immer noch in den Kategorien von damals. Die denken heute, verdammt, wie hat das der Rote nur geschafft und wir müssen dem Roten jetzt so ganz komisch, aber ihr könnt dem Roten nicht. Der Rote hat immer noch Tausende von Atomwaffen oder die Nachfahren der Roten. Das sind ja heute halt bestimmte Völker. Es gibt dieses Buch, vielleicht habt ihr ja davon gehört, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, die Schlafhandler. Oh, wie toll. Geschichte aus ganz neuer Sicht und ganz neue Erkenntnisse. Das ist alles super. Also ich habe mir neulich das Buch gegeben als Hörbuch. Das ist unglaublich, wie die Serben in Serbien in diesem Buch dargestellt werden als Schlechter, als Metzger, als irgendwelche Banden, als Banditen und die Russen und überhaupt also und irgendwie die Deutschen und die Briten. Oh mein Gott, die deutsch-britische Freundschaft und versteht ihr, so nach dem Motto der Erste Weltkrieg war nur so eine Art Panne. So, in Wahrheit haben sich ja Deutschland und Großbritannien und Frankreich und da sitzt heute einer, der möchte irgendwelche Konflikte aus der damaligen Zeit umdeuten, aber das ist nicht gut sowas zu tun. Versteht ihr, die Wunden des Zweiten Weltkrieges in der damaligen Zeit, die sitzen tief. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie die Sowjetunion, die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Ah ja gut, von mir aus hat der deutsche Staat die Sowjetfrage verboten. Heute ist auch, ist, finde ich nicht schlimm. Ich bin sowieso keiner, der mit solchen Fahnen auf die Straße gehen würde, aber dieser Revisionismus, wenn du anfängst in diesen alten Kategorien zu denken und wenn du anfängst Dinge revisionieren zu wollen vor damals, dann wächst du irgendwelche Geiste. Versteht ihr, das ist das, was ich euch mit dieser Sendung sagen will. Du weckst irgendwelche Geister der Vergangenheit, die du nicht wecken solltest, weil dann suggerierst du mir ja, muss man so überlegen, dann suggeriert mir ja mein, mein GM-Lehrer damals, ich habe ein Problem mit dir. Ja, ich kann es aber nicht ändern. Ich war halt einer von den Siegern vom 1. Ich hatte das auch schon mal, damals, als ich klein war, dass ich, ähm, in Österreich, hat meine Eltern, also wir hatten einen Autounfall und dann beschimpften uns der Chefarzt von dem Krankenhaus, das verdammte Mascherken. Ja, dein Österreich-Ungarn ist untergegangen und das ist jetzt meine Schuld, oder was? Mach mich doch nicht zu deinem Feind wegen dieser Geschichte, weil Österreich-Ungarn kommt nie wieder. Versteht ihr? Es kommt einfach nie wieder. Und nein, die Vorfahren von Melnick haben nicht Berlin befreit. Die Geschichte der zwölf Jahre liegt fest. Versteht ihr? Der Holocaust kann nie wieder ungeschehen gemacht werden. Der Holocaust durch Arbeit, die Vernichtung durch Arbeit. Die Opfer der Sowjetunion, die können nicht ungeschehen gemacht werden. Die Opfer, damals, der Sowjetunion, das war nicht der, das war nicht der Opa von Bandera. Der wusste sich nämlich schön, schön in seine eigenen Netzwerke im Dritten Reich in eine Position zu schleichen. Er hat weder Berlin befreit, noch hat er irgendwas erlitten, noch sonst das. Das Einzige, was er erlitten hat, war die Rache seiner Nachbarn, nachdem dann sein Drittes Reich den Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Das ist genauso, wie mit dem, mit dem Vater von meiner, von meiner Nachbarin. Der wohnt, genau an der Krim, aber auf dem Festland. Und nachdem die Krim unabhängig wurde, hat er irgendwie so eine Ukraine-Fahne auf seinem Haus gehässt. Und er hat seine Nachbarn provoziert und genervt die ganze Zeit mit ukrainischem Nationalismus. Und jetzt, nachdem dieses Gebiet jetzt irgendwie an Russland gefallen ist oder von Russland besetzt wurde, haben seine Nachbarn ihn davon gejagt. Der ist jetzt hier. Versteht ihr? Nicht der Putin. Oder Medvedev. Oder Surowikin. Oder Prigusin. Niemand von denen. Seine Nachbarn selber haben ihn weggejagt. Das ist das. Und last but not least noch ein kleiner Punkt. Wisst ihr, während des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien haben wir uns darin gefallen, irgendwelche Gotteshäuser zu sprengen. Zum Beispiel wurden im bosnischen Teil, im boschniakischen Teil, wurden Kirchen gesprengt. Im christlichen Teil wurden Moscheen gesprengt. Die hat der Staat heute alle wieder aufgebaut. Und auch die ganzen alten Denkmäler vom Zweiten Weltkrieg. Irgendwann, und dieser Tag ist nicht fern, sitzt ein Zelensky, wenn er Glück hat, im Exil. Sein Regime wurde zum Teufel gejagt. Die Ukrainer sind wieder ganz normale Durchschnitts-Bugos, die nicht nur braun, 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 braun. Und die Denkmäler werden wieder aufgebaut sein, genau wie vorher. Ja, ich wollte euch schon mal darauf hinweisen, dass es dieses Thema gibt, dass es irgendwie sinnlos ist. Und dass man, wenn man klug ist, sich nicht irgendwelche Leute zu Feinden machen sollte, wo man eigentlich gar keine Feinde hat. Das hat der Westen nämlich in den letzten paar Jahren zu Genüge getan. Der Westen hat sich in Osteuropa, in Russland Feinde gemacht. Viele Feinde. Auch irgendwo international, in Indien, in Brasilien, in den sonstigen Ländern hat der Westen sich Feinde gemacht, die er in Wahrheit nicht hatte. Die er sich selber gemacht hat, weil er anfängt, an ein Verhalten anzuknüpfen, aus irgendwelchen Kolonialzeiten. Verstehst du, wenn du anfängst anzuknüpfen, an ein Verhalten aus der Vergangenheit, dann erweckst du auch irgendwelche Konflikte aus der damaligen Zeit zum Leben, die du eigentlich gar nicht hast. Sei schlau, Zuschauer. Lass einfach sein. Mach's gut. Lass justen. Lass in Berlin.